Hallo! Ja! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag im Morgen! Wie geht's dir heute so hier? Ah ja, gut! Ja? Ja! Das freut mich sehr und dann... Was haben wir heute für ein Gespräch? Den Namen hier? Ja, also über Gesellschaft! Oh, das freut mich sehr! Freut mich sehr! Ja, ähm... Sie können jetzt... Notlasten, ne? Oh ja, natürlich! So, heute werden wir über das Thema reden über... Schwosenzeit in der Nachbarschaft von Eichelsdorf! Ja! So! Heute werden wir jetzt darüber reden... Was getan wird unter Jugendlichen, die natürlich Sex haben wollen! Äh, ja! Was? Reden Sie bitte zu der Kamera! Ich frage Ihnen jetzt Herr Bauer, ne? Ja! Was Sie denn heute... Hallo! Wenn jetzt ein Schuchter auf die kommt, ne? Ja ja! Und sagt... Lass uns mal weg, ne? Ja! 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 Was machen Sie denn? Ja! Ich weiß es nicht! Ja! Sie müssen mich interviewen! Ja, ich... Ich frage Ihnen doch gerade Fragen! Ja! Werden Sie sagen! Wollen Sie im Warkastenspiel? Nein! Oder mit Donald? Nein! Freuen Sie mich einfach! Wollen Sie mit mir ficken? Nein! Schade! Ich muss mal kurz zum Baden! Ich muss mich kurz ausfeudeln! Weil Sie nicht mit mir weggekommen! Warten Sie mal! Für den guten Tag doch! Für den guten Tag! Für den guten Tag! Ja! Ja!